Momentan sind mit sechs Verhandlungstagen geplant worden und dem Angeklagten droht im Falle einer Vortragung eine lebenslange Freiheitsstrafe. Praktisch das Schwerste, was es hier im deutschen Strafrecht gibt. Also grundsätzlich würde der Verurte dann die Strafe hier in Deutschland absetzen müssen, ob dann irgendwie über ein Auslieferungsersuchen, eine heimatnahe Haftverlegung in Frage kommt, das muss man dann im Rahmen der Vollstreckung klären, ob das auch überhaupt gewollt wird dann von ihm. Vielen Dank.